Soll ich den für Sie packen, Sir? Danke! Ich hab's geschafft! Es ist noch schöner, als ich es mir vorgestellt hatte! Oh wow! Wofür ist der Schalker hier? Darf ich das anmalen? Es ist okay, wenn der Sohn von Weihnachtsmann... Oh, Knallfolie! Ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung! Oh je, mit diesem Überbiss siehst du aus wie ein Biber. Und wenn ich eins hasse, dann sind es Biber. Ich kümmere mich darum. Ich heiße Hermann. Ich bin ein hervorragender Zahnarzt. Danke, ist okay so. Oh, Spielzeug! Cool, in was verwandelt sich das denn? In nichts. Es verwandelt sich in nichts. Es ist nur ein Zug. Von Hand mit Liebe hergestellt... Hey, wo ist das Xbox-Fliesband? Elfen können keine topaktuellen Elektronikgeräte herstellen, okay? Dafür braucht man andere magische Wesen. Chinesische Sklavenkinder. Wir machen auch Hörner. Das macht Spaß und so, aber ich hab den Weihnachtsmann noch immer nicht getroffen. Moment, ich kann Auftrittsmusik hören. Er... er ist es! Ein Eindringling? Hier! Entschuldige, dass wir deine Klamotten verbrannt haben. Aber Bakterien haben eine andere Wirkung auf Elfen als auf Menschen. Wir mussten dich sauber machen, bevor du etwas anfasst. Äh, naja, eigentlich... Oh, du kleine Bakterien-Schleuder! Lauf! Ein Nachtmann, ich weiße dir den Weg... Ja, den Weg in die Hölle! Doppelig! Oh! Doppelig! Nee-Jos-Schleuder! Ouh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.